Uiuiui, also die Woche hat es in sich gehabt, vom besten bis zum schlechtesten Dreh seit langem war alles dabei. Servus zu meinem Wochenrückblick auf die KW 47. Diese Woche waren es sieben Drehs mit vier Gewinnen und drei Verlierern und unterm Strich einem noch netten Profit von 1.670 US-Dollar, wobei sechs dieser sieben Trades alle am actionreichen Donnerstag, dem 21. geschlossen wurden. Erst ziemlich früh Zähne knirschen in den Kursanstieg hinein, zwei Shorts die Reißleine, bei zwei Shorts die Reißleine ziehen müssen. Dann wurde der Tag zum Glück weiter freundlich, sodass sie dann auch die Longs zu einem schönen Ende habe bringen können. Alle Charts, auch die nicht ausgelösten, sehen wir uns gleich im Detail an. Wie gewohnt transparent und so, dass du hoffentlich meine Beweggründe für Ein- und Ausstiege nachvollziehen kannst, da ist sicher wieder das ein oder andere Schmankerl für Feierabendträder dabei. Warum sage ich explizit Feierabendträder? Weil das genau mein Ding ist. Analyse und Orderaufgabe mit US-Aktien. Bequem außerhalb der Handelszeiten mit ein bis zwei Trades pro Tag im Schnitt mit wenigen Tagen Haltedauer, minimaler Zeitaufwand, was mir genug Zeit lässt für Tüfteln, das Tränen im Team und meinen wöchentlichen kostenlosen Newsletter, wo ich schonungslos alle gemachten Fehler, alle Hacks und Lektionen der letzten 25 Jahre Börse raushaue. Wenn dich das interessiert, Call to Action, klick kurz auf Pause, schau vorbei auf michaelinterdaten.de und lass dein E-Mail da, dann kriegst du in den ersten sieben Tagen auch gleich sieben E-Mails zu meinem Crashkurs, wo ich endlich mal zusammengefasst habe, wie ich meiner Tante Emma von Nullweg das Tränen beibringen würde. Wir starten rein mit den fünf Trades, oder fünf müssten es gewesen sein, meines Augen-Auf-Setups diese Woche. Ja genau, fünf Augen-Auf-Trades, zwei Crashkurs-Daily-Trades. Wer es noch nicht weiß, was ist das Augen-Auf-Setup? Das ist ein sogenanntes Mean-Reversion-Setup. Man handelt hier antizyklisch eigentlich gegen die Masse, gegen den Trend. Ich suche nach extremen Ausreißern, die, also wenn sich das Gummiband spannt, öfter als nicht wieder ein Stückchen zurückschnalzen. Und vor allem dann suche ich mir solche Situationen, wo es scheinbar eine Fortsetzung gibt, dieses Impulses, dieser Übertreibung, wo mir aber der Wumms im Volumen fehlt. Und da starten wir rein mit dem Übeltäter der Woche. Und zwar Planet Labs, die habe ich hier nach Montag, dem 18. als mögliche Short-Chance gesehen. Warum? Ich habe hier die nächsten Tage schon ausgeblendet. Wir haben hier am Mittwoch, dem 13. eine Übertreibung, eine Dehnung des Gummibands nach oben, großer Kursgewinn und sehr hohe Umsätze. Dann zwei Tage Pause und jetzt am Montag, wenn ich das Volumen ausblende kurz, rein von der Preis-Action her im Aufwärts-Trend ein klassisches bullisches Fortsetzungssignal, wo hier wieder kurz pausiert wurde und der Aufwärts-Trend seine Fortsetzung nehmen sollte, rein von der Preis-Action her. Vom Volumen her weiß ich aber, wenn das so deutlich fällt im Vergleich zum Impulstag davor, beziehungsweise drei Tage in Folge fällt, vor allem an diesem grünen Handelstag, dann ist das jetzt nicht gerade ein Zeichen, dass aggressiv gekauft wird. Und da will ich dann gerne nochmal zum Beispiel diesen Punkt hier sehen. hat es in dem Fall nicht funktioniert, also es wird eine Stop-Sell-Order zum Schlusskurs aufgegeben, die wurde dann gleich mal mit negativer Slippage hier eröffnet am nächsten Tag und Planet Labs läuft gleich am ersten Tag deutlich ins Minus. Jetzt mein Fehler dieses Trades, ich hätte hier eigentlich gleich nach diesem Handelstag den Stop-Loss hier über das Tageshoch setzen sollen, setzen müssen. Habe stattdessen noch Luft gelassen bis zum Swing hoch hier oben und damit habe ich eigentlich meine persönliche Schmerzschwelle überschritten gehabt von so Pi mal Daumen 1000 Dollar, die ich bereit bin, den Dreh atmen zu lassen. Ja, und bin dann hier am Donnerstag ausgestattet worden mit einem schönen Minus von minus 1700. Also das ist jetzt auch in der Drei-Wochen-Seite, wie diese Wochenrückblicke machen, der größte Einzelverlust gewesen. Das war es aber noch nicht an diesem erstmal blutroten Donnerstag. Der nächste Dreh war nämlich ein Shot in Northern Oil Gas. Der lief auch schon eine Weile. Ähnlich Situation. Übertreibung hier, Mittwoch bis 6. November nach oben mit 11% Kursgewinn, extreme Umsätze nach Earnings. An dem Tag wangert die Aktie auf die Watchlist, auf die Short-Watchlist dieses Min-Reversion-Setups. Kurze Korrektur, Umsätze sinken. Freundlich Handelstag, aber nochmal unter deutlich fallenden Umsätzen. Da fehlt mir der Wumms dahinter und ich will hier ungefähr hierhin abziehen in den nächsten ein bis drei Tagen. Hat sie aber gekämpft mit sich, die Aktie hat drei, vier Tage rumgependelt. Genau und hätte hier drüber eigentlich den Stop-Loss liegen gehabt, aber am Donnerstag bin ich dann auf den Schirm gesessen. Das war im Hotel wegen der World of Trading in Frankfurt und sehe die bullische Öffnung und denke mir, warum ist Northern Oil & Gas jetzt nicht zur Öffnung nicht ausgestoppt worden? Zum Glück war ich da dann noch doch mal online, weil ich hatte die Stop-Loss-Order. Daher werden wir es jetzt schon ahnen, mit dem Order-Zusatz Day, also Gültigkeit Day, ausgeführt, aufgegeben gehabt. Das heißt, wenn die bis zum Ende des Tages um 22 Uhr nicht getriggert wird, dann wird sie storniert. Richtig wäre Good Till Cancelled, dann bleibt die so lange im Markt, bis sie getriggert wird oder man sie rausnimmt. Jo, egal wie lange man dabei ist, man ist nie gefeit. Vor Anwenderfehlern, aber bin doch hier mit dem blauen Auge davongekommen, das Minus war dann nicht viel größer, als es mit dem Stop-Loss gewesen wäre. Das war es an dem Tag aber immer noch nicht, denn da war der Stop-Loss sehr wohl drin bei Wolverine Worldwide. Saugeiler Tickennamen, also www. Wolverine Worldwide, selten so einen attraktiven Aktiennamen gesehen. Ausgangslage, ganz ähnlich wie die beiden Shorts davor. War halt hier in dieser Woche in dem Setup sehr shortlastig unterwegs, in der bullischen Handelswoche. Ja, keine Kristallkugel, nicht bei der Hand gehabt. Übertreibung hier, kurze Beruhigung, Umsätze fallen extrem dünnen aus und hier dieser Mittwoch der 14, äh Donnerstag der 14. Nochmal fallendes Volumen, wo sind hier die Käufer, also aggressive Käufer, nicht zu sehen. Ja, und der Lift dann am Donnerstag, fünf Tage später in den Stop-Loss. That's it, hier kein Fehler. Das ist einfach part of the game. Das waren die drei dicken Verluste und die natürlich an einem Tag, innerhalb weniger Stunden, die haben die Woche erstmal tief ins Minus gerissen. Am selben Tag wurden aber auch noch zwei Longs dieses Setups geschlossen, und zwar Ecos da und wir fangen an mit Ecos da. Spiegelverkehrt, wir haben die Übertreibung nach unten in Preis und Umsatz, wir haben eine Erholung und am Freitag, der 15. November scheinbar bierisches Fortsetzungssignal nach unten laut Preis-Action, aber mir fehlte hier wieder ein bisschen der Wumms noch dazu, hier schön in dieser Support-Zone, in dieser Liquiditätszone, hier die Stopps schön abgeholt der bullischen Anleger, also eine potenzielle Bärenfalle und wird von mir geahndet mit einer Stop-By-Order knapp über dem Schlusskurs, wurde auch gleich ausgeführt. habe dann am Dienstag, also nach dem Dienstag und Mittwoch gehadert mit mir, warum ich nicht hier Spatz in der Hand gleich genommen habe und die Gewinne realisiert habe und bin dann am Donnerstagabend zum ähnlichen Niveau als Schlusskurs am Dienstag raus, was eine sehr gute Entscheidung war. Schlusskurs wäre schon tiefer gewesen und am nächsten Tag wäre dann sogar mein Stopp gerissen worden. Ein anderer Long aus diesem Setter war KBR. Das war ein Tages-Trade oder wenige Stunden dauernder-Trade, hier die extreme Übertreibung nach unten, kurze Erholung, scheinbare übernehmen wieder die Verkäufer das Ruder, aber da fehlt hier völlig der Wumms im Umsatz. Stop-By-Order knapp über den Schlusskurs. KBR stürmt nach oben mit fast 4% Tagesgewinn und ich bin hier kurz vor Close wieder raus, habe die Gewinne realisiert. Ja, diese beiden Gewinner waren natürlich wichtig und nett, konnten aber das Tages-Minus noch nicht rumreißen. Dafür hat es dann einen Trade aus dem anderen Setup gebraucht und zwar aus meinem Crashkurs Daily. Da war einer früher die Woche, Crashkurs Daily, wer es noch nicht kennt, das ist einfach Trendfolge kombiniert mit Mini-Reversion. Das heißt, ich warte, dass Outperformer wieder günstiger werden. Da dürfen die Umsätze nicht auffällig sein bei dieser Korrektur und warte dann auf eine kleine grüne Kerze wieder für den Lungenanstieg oder bei den anderen Performern nach einer Korrektur nach oben auf eine kleine rote Kerze. Und die Kursziele müssen vor den Hochs und Tiefs drin sein. Ich peile hier wieder keine extremen neuen Hochs oder Tiefs an, wie du diese Philosophie fragen. Ich habe auf dem Dach Spatz in der Hand. Das waren nur zwei geschlossene. Einige laufen noch diese Woche, die neue Woche. Das war die Situation hier. Coupang war schön swingender aufwärts Trend, hat deutlich korrigiert nach Zahlen, blieb aber freundlich. Auch hier vom Volumen her. Also vom Umsatz her sieht man an den freundlichen Handtagen deutlich mehr Aktivität als hier an diesem einzig roten Tag, dem Freitag, dem achten. Montag hier auf diese Unterstützung schön aufgesessen, umsetzerfreundlich, also Stop-By-Order über das Tageshoch. Ein CAV von 2 angepeilt. Ne, sogar 3,3. Hätte ich machen sollen. Es war aber tatsächlich ein CAV von 2. Erinnere ich mich jetzt. Ich habe es ja schon korrigiert. Und das war auch ein Fehler im Nachhinein. Der Dread lief super an. Wäre fast ins Kursziel gestürmt am Tag 2. Am Tag 3 leider die Kehrtwende. Und der Dread fand dann am Tag 5 im Zeitstopp ein kleines Spesenplus blieb übrig, was natürlich nach diesem Start unerfreulich ist. Aber über die lange Zeit, über das Gesetz der großen Zahl betrachtet, macht dieser Zeitstopp in Kombination mit dem Kursziel mehr Sinn als nachgezogener Stopps. Die Frage würde wahrscheinlich auftauchen, wenn ich das jetzt nicht kommentieren würde. Nein, Trailing-Stops haben bei diesem kurzen Haltedauer im Swing-Trading für mich keinen Platz, keinen konstruktiven. Fehler hier. Ich habe eigentlich den Stopp hier zu grob gesetzt. Den kann man durchaus unter dieses Swing-Tief hier setzen. Hätte man dann ein CAV von 3,2 gehabt. Der hätte zwar nichts geändert am Dread, aber trotzdem immer an den Stellschrauben drehen für langfristig mehr Gewinnerwartung. Ja, und was das Ruder dann noch herumgerissen hat die Woche, war der Trade in fresh. Ebenfalls geschlossen an diesen sehr actionreichen, unterhaltsamen Donnerstag. Nee, den Short-Pfeil hier ignorieren. Das war ein Short-Signal im Augen-Auf-Setup. Tatsächlich gehandelt wurde diese Woche aber dieser Long. Klarer Outperformer. Korrigiert wird fünf Tage billiger unter unauffälligen Umsätzen. Ja, also da ist jetzt kein großer aggressiver Verkaufsdruck zu sehen. Und hier am Dienstag der 19. eine kleine grüne Kerze, die uns einen günstigen Einstieg erlaubt in die übergeordnete Trennrichtung. Sehr gute Umsätze auch. Ja, toll. Hier dieser Support-Bereich auch durch diese Gap-Oberkante. Hier auch nochmal diese Gap-Unterkante dient auch als Unterstützung. Und bis zu diesem Widerstand hier war schön Platz für das Kursziel. Ich habe den Stopp hier tatsächlich enger herangezogen und kriege so ein CRV von 4,7. Was für kurzfristige Trades ein sehr schönes CRV war. Eingestoppt worden. Nächsten Tag über dem Tageshoch mit leichter Slippage. Leichter Integative Slippage. Und habe dann am Donnerstag auch irregulär die Reißleine gezogen. Warum irregulär? Es wäre noch ein Stückchen gewesen zum Kursziel. Aber war jetzt nicht bereit für dieses kleine Stückchen noch diesen Trade zu riskieren. Auch psychologisch hier wieder ganz wichtig. Das war an diesem Donnerstag, wo ich 2,7 über 3.000 Dollar schon im Minus war. Das noch ein bisschen korrigiert habe mit diesen zwei Augen auf Longs. Aber der Trade hat das dann natürlich nochmal ganz anders aussehen lassen. Mit einem realisierten CRV von 3,6. Das hat mir gereicht. Ja, ich wäre dann 2 Tage später noch im Kursziel gelandet. Ganz knapp übrigens. Wäre perfekt gelegen. Aber hier auch am Tag drauf hätte man wieder zittern müssen um diesen Trade. Also von mir aus betrachtet rückwirkend auch. Auch im Rückblick würde ich genauso wieder machen. So, das waren die sieben gemachten, ausgeführten, getriggerten Trades bzw. geschlossenen Trades der KW 47. Wir blicken noch kurz, weil das auch immer gewünscht wurde, auf die nicht getriggerten Trades. Warum nicht getriggert? Weil die Orders nicht ausgeführt wurden. Ich ordere ja via Stop-Entry-Orders. Das heißt, der Kurs muss erstmal ein Stückchen in meine gewünschte Richtung laufen, um ausgeführt zu werden. Das hat hier den Vorteil, dass man Trades die nächsten Tag gleich gegen mich eröffnen und in einem Stop-Loss laufen würde. Regelmäßig verpasst. Wir sehen hier auch vier grüne Smileys. Ich fange an mit STZ. Ja, wäre hier ein Short geplant gewesen. Ein Underperformer hat sich erholt. Hier am Freitag wollte, hätte ich hier gern wieder dieses Tief gesehen. Stop-Sell-Order unter dem Tagestief wurde. Wegen Passient-Toleranz. Angenehmer wäre es ja auch. Die haben es immer Sinn machen. Ganz knapp nicht ausgeführt, wäre ein Stop-Loss gelaufen. Danke Stop-Sell-Order. Dann ALHC am gleichen Tag und MP einen Tag später am grünen Smiley und roter Smiley. Ganz einfach aus dem Grund. Weil erstmal schön, jeder Setup, Outperformer, ist günstiger geworden. Aber immer noch höre Hochs, höre Tiefs. Extreme, aggressive Käufer an diesem Tag. Also das Geld nach unten wurde super hochgekauft. Sehr bullish. Ist auch eine Reversal-Kerze. Gehört eigentlich zu Crashkurs und Reversal-Setup. Kombination daraus. Stop-Buy-Order über dem Tageshoch wurde minimal nicht ausgeführt. Was erstmal gut war, weil ich zwei Tage später im Stop-Loss gelandet wäre. Warum jetzt der rote Smiley? Weil ich hier nach dem Dienstag, dem 19. nicht erneut den Long versucht habe. Der wäre bis heute erstmal sehr schön angelaufen. Warum habe ich nicht erneut versucht? Kurz nachsehen. Genau. Ich hatte hier in unserem Discord-Server auch geschrieben, dass diese Aktie nochmal gut aussieht für einen Long-Versuch. Allerdings an dem Tag dann eben Fresh gekauft. Sah mir dann ein Ticken besser aus. Was ja auch sehr gut aufgegangen ist. Und Ketos habe ich auch geordert. Die läuft noch. Also eigentlich kann ich diesen roten Smiley wegmachen, weil ich stattdessen ja Fresh gekauft habe, die sehr gut gelaufen ist. MP ähnlich. Outperformer hat korrigiert. Super Unterstützungbereich auch. Umsätze unauffällig beim Fallen. Also sprach das Volumenbild nicht dagegen, wieder auf Fortsetzung des Aufwärtstrends zu spekulieren. Stop-By-Water über dem Montagshoch knapp. Also knapp. Ganz klar nicht getriggert. Mit einer Limit oder einem sofortigen Market-Order wäre ich ausgewählt worden und dann sofort in einen Stop-Loss gelaufen. Roter Smiley, weil ich hier auch nach Mittwoch nicht erneut einen Long versucht habe. Auch weil es an diesem Tag habe ich mich einfach für andere entschieden. Ja. In dem Fall wäre der Trade nach drei Tagen ins Kursziel gerannt. Wurde dann aber ein anderer Trade. Eben Fresh unter anderem on Ketos. Genau. Also es waren an dem Tag dann einfach zwei andere Trades für mich einen Ticken attraktiver, als die zwei hier nochmal zu versuchen. Die hatten ihre Chance sozusagen. Gut. Damit haben wir alle sieben Trades. Ja, der war natürlich, das war ein Big Point, der ganz wichtig. Dafür war der hier unnötig, unnötig schmerzhaft. Der Short in Planet Labs. Bei Fragen ab in die Kommentare damit und lass mir gerne etwas Liebe da mit einem Like und Kommentar, damit ich weiß, ob dir dieses Format Spaß macht, ob das Sinn macht, ob ich dieses Format des Wochenrückblicks beibehalten soll. Wenn es weiterhin so gut ankommt wie die letzten beiden Videos, dann mache ich mir da eh keine Sorgen. Dann sehen wir uns beim nächsten Wochenrückblick. Sag Servus aus Österreich und komm mir gut durch die Woche. Sie were an Award, der war nur noch eine camper? Genau. Ich nehme mal auf den Ber�ли JOHNs Kush. Ich nehme mir mal auf die Woche. Also alle diesilige Blumen honors. Ich nehme mal auf die Woche. Vielen Dank.